Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern. Bauen in der Stadt Bern In diesem Video erhalten Sie Informationen zum Thema Bauen in der Stadt Bern. Wer bauen will, braucht eine Baubewilligung. Das Bauinspektorat der Stadt Bern stellt im Baubewilligungsverfahren sicher, dass die Bauvorhaben den Bau- und umweltrechtlichen Vorschriften sowie anderen Gesetzen entsprechen. Haben Sie Fragen zum Thema Bauen? Sind Sie zum Beispiel nicht sicher, ob Ihr Bauvorhaben oder die Renovation Ihres Hauses eine Bewilligung braucht? Möchten Sie baurechtliche Auskünfte erhalten? Oder brauchen Sie Auskünfte zum Thema Brandschutz und Brandsicherheit beim Bauen? Dann hilft Ihnen das Bauinspektorat gerne weiter. Wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat per Telefon Auf der Webseite des Bauinspektorats können Sie zudem Einsicht in aktuelle Baupublikationen nehmen. Sie finden den Link dazu unter diesem Video. Hinweis Seit dem 1. März 2022 müssen im ganzen Kanton Bern sämtliche Baugesuche über die elektronische Plattform eBau des Kantons Bern eingereicht werden. Baugesuche, die in reiner Papierform nicht in Verbindung mit eBau eingereicht werden, gelten als nicht vollständig und werden wegen formellem Mangel retourniert. Sie finden auch diesen Link unter diesem Video. Bei Fragen zu eBau wenden Sie sich bitte an das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern. Sie finden entsprechende Kontaktmöglichkeiten unter dem Link zur Plattform eBau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020